5, 4, 3, 2, 1 Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf leeren und mich ändern. Ein besserer Mensch werden. Keine Tränen, keine Verzweiflung oder Wut, Wut dem Menschen gegenüber. Ich zerstöre mich selbst und alle anderen auch. Kein Wunder. Im kleinsten Aspekt des Lebens muss man sich behaupten, immer das Beste geben, ja sogar Lügen, um den kleinsten Funken an Befriedigung zu spüren. Diese ganzen Gedanken und Verzweiflungen geben mir als Person noch mehr das Gefühl, dass ich ein sehr, sehr schwacher Mensch bin. Ein armer Mensch im Gedanken. Der Mensch an sich zählt nicht mehr, nur das, was er macht und wohin er es schafft. Und wer denkt an die Liebe? Ich hatte ja auch mal eine Familie, aber was soll ich sagen? War eh immer für sie da, die Kinder haben es gut gehabt, die Frau auch. Aber wie man es macht, so macht man es falsch. Doch jetzt weiß ich es eh, aber scheiß Oberflächlichkeit, die von jedem ignoriert wird, sicher nicht mit mir. Man kann es der Menschheit aber eigentlich nicht übel nehmen, denn so wird es uns gelehrt. Veränderung, 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 Wachstum, Macht, ja Egoismus und Gier dominiert unsere Welt. Wie in Hollywood, ein großer Top voller Schminke im Selbstbedienungsstil. Vielleicht eh praktisch. Na, was rede ich da? Der Mensch ist so blöd. Ist da jemand? Hab ihn genau gesehen. Das kann nicht sein, ich bin nie allein. Du kennst dich nicht aus, Otto. Mir geht's gar nicht gut. Was ist los? Wirst du wahnsinnig? Hier im Wald gibt es nichts. Kein Besitz. Nur mich und meine Gedanken. Und statt deine große Liebe zu pflegen, vergeudest du kostbare Zeit mit Dingen, die der Liebe nie das Wasser reichen werden. Zum Glück gehöre ich zu den Menschen, die nicht durch Geld zugrunde gehen. Ich bin so froh darüber. Ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken darüber machen. Oder sollte ich? Was für eine Schande ich nur bin. Habe ich was kaputt gemacht? Wer bin ich eigentlich und wo zum Teufel befinde ich mich? Wir kommen Zweifel auf. Bin ich ich? Was soll das Ganze? Wer bist du? Was will ich eigentlich von? Was kann ich zeigen? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich allein. Wie bitte? Was ist da los? Was meinst du? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin doch ein guter Mensch. Doch, ich krieg dich. Doch, ich krieg dich. Doch, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Na, du warte. Papa, wann gehen wir? Schau, wenn du magst, kannst du mit mir ins Büro kommen. Nein. Papa hat mir noch was Wichtiges zu erledigen, was echt nicht wahr kann. Trotzdem. Und dann gibt es ja auch Tiere. Nein. Otto, das kannst du nicht machen, du hast das ihr versprochen. Es geht nicht, ich muss los. Bis später. Bis dahin. Dann gehen wir in den Zoo. Ich brauche deinen Schausch. Ich brauche das. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020